Hallo, ich bin Robert von Baby One und ich will euch heute einen sehr schönen Sportwagen zeigen. Den gibt es exklusiv bei Baby One, den könnt ihr jetzt schon bekommen. Er heißt Happy Plus, ist von der Firma Smilo und ist ein echt schöner Sportwagen mit vielen kleinen Details. Aber das Wichtige ist halt, wir haben ein schönes kleines Packmaß, das zeige ich euch gleich. Und wir haben einen schönen stabilen Wagen, damit der halt auch wirklich nicht nur auf Teppich gut fährt, sondern auch ein bisschen draußen was aushält. Da zeige ich euch ein paar Details. Wir haben natürlich einen schönen Kunstledergriff mit drauf, den könnt ihr hier rechts und links verstellen. Also ist eigentlich für jede Höhe eigentlich gut ausgelegt. Wir haben ein großes Sonnendach, was ihr hier schon einmal ansehen könnt. Der Clou natürlich auch hier, dass wir so einen Reißverschluss mit drin haben. Den klappst du nach vorne. Hauptaugenmerk, ein bisschen Fokus ist hier auf dieses Netz gerichtet. Hat einmal ein bisschen natürlich, dass wir ein Tageslicht reinkriegen. Aber wichtig ist halt einfach, dass auch keine Überhitzung innen drin steht, wenn da im Sommer die Sonne rauf scheint, dass da einfach auch genügend Luft durchkommt. Wir haben eine sehr große Liegefläche, die seht ihr hier. Und wir haben an den Seiten Bänder, die ihr dann verstellen könnt. Die zieht ihr rechts und links nach außen. Und dann habt ihr da die verschiedene Sitzflächen. Das ist stufenlos einstellbar, also könnt ihr für euer Kind die optimale Sitzposition finden. Vorne haben wir einen Spielbügel. Mit einem Knopf kannst du ihn öffnen und reinsetzen. Das Kind ist ein bisschen leichter. Wir haben hier so ein Eindruckknopfsystem für den Gurt. Das heißt einmal rauf und es flippt einem schon aus der Hand. Und wir haben hier vorne natürlich auch nochmal eine verstellbare Fußstütze. Mit zwei Knöpfen kannst du das rauf und runter setzen. Wir haben einen großen Einkaufskorb drunter. Also ihr könnt wirklich schön viel was mitnehmen. Und wir haben natürlich die bewährten Buggyräder. Rechts und links einfach mit dem Hebel verstellen. Das Schöne an den Rädern hier bei der Plusvariante ist einfach, es ist nicht nur ein einfaches Gummirad, sondern es hat wirklich Profil. Und natürlich auch die Trittbremse, die ihr nicht wie ich mit der Hand bedient, sondern mit dem Fuß. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Besonderen. Das interessiert natürlich alle, die das klein und leicht haben möchten. Wir haben eine ganz einfache Knopftechnik hier in der Mitte. Den müsst ihr in den Riegel und dann zieht ihr das Bändchen nach oben. Und dann klappt sich der Wagen schon zusammen. Er hat auch eine Arretierung. Wenn man den weit genug zusammendrückt und die Räder feststellt, bleibt er sogar stehen. Das ist der Happy Plus, exklusiv jetzt bei BB One. Und wenn ihr einen schönen, leichten, stabilen Sportwagen sucht, ist das glaube ich was für euch. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Vielen Dank.